Christoph Höhnleitner. Vincent Meyer. Armin Wurm. Felix Brückmann. Armin Felix, ihr habt euch bei NHL die New York Rangers ausgesucht. Warum? New York Rangers, weil sie einen sehr guten Torwart haben und die letztes Jahr sehr weit bekommen sind in der NHL und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Vince Höhnleitner. Euer Team sind die Boston Bruins. Warum? Weil die sehr schöne Trikots haben und es ist eine physisch sehr starke Mannschaft. Deswegen haben wir gedacht, nehmen wir die Mannschaft. Die hat der Bundeslub. Der Bundeslub ist ein sehr guter Mannschaft. Aber man macht den Gänchen. Achtet ihr? Achtet ihr? Achtet ihr? Ich weiß, es ist gut. Ich weiß es. Einmal. Ich weiß es gut. Achtung! 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 You know what you should do Is come with me and I hang around with you And up we go And I'm gonna sweet go Das ist so schlimm Hey, I will think you're about producing you Oh, so young Wow Yes Wow 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 Yay Wow 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 Yay Ja! Hey! Woho! Überzeugen uns! Woah! Woah! Eieieie! Das ist gut! Eieieieie! Was ist das? Oh, ja! Das ist so schön! Das ist so schön! Oh, ja! Das ist so schön! Das ist so schön! Das ist so schön!